Samstarakasana ist die Stellung im Bett oder die Stellung des Bettes oder auch eine Stellung, die du einnehmen kannst, wenn du irgendwo schlafen willst und wenig Platz hast. Angelina zeigt, wie es geht. Lege dich auf eine Seite. Stütze dich dabei auf eine Hand, das also die Hand als Kopfkissen dient. Beuge die Knie so weit, dass die Knie nah am Brustkorb sind und gib dann den Arm an den Arm über den oberen Oberschenkel und fasse mit der Hand an den Fuß. So bist du in Samstarakasana, die Bettstellung, Stellung im Bett oder auch die Ruhelage, die du einnehmen kannst, ohne Bett. Untertitelung des ZDF, 2020